Best in Peace! Also Timo? Wie komme ich hier raus? Einfach den R-Block abgebaut. Wo gehen wir hin? Wir gehen dort hinten. Folg einfach dem ihr. Ist gut? Also, willkommen zu Varo. Ich habe jetzt Timo als Seamate, weil der andere komplett vergeben hat. Ich bin hier, aber ich bin hier. Timo! Der andere Timo? Ja, nicht der andere Typ dort. Ok, 10, 8, 7. GG. Ok Timo. Ich beginne zu bauen. Jetzt. Kommst du mit? Bist du da? Ja. Nicht, nicht, also nicht Gumpen. Du legst bei mir übelst. Ja, es legt aus klein. YouTube, Corona. Sind ja bei uns. Timo, bist du nicht mehr? Bist du nicht mehr, Timo? Ja, ich bin hier. Kann man schwimmen in 1,8? Nein. Einfach nur so, random. Oder Zuckerrohr. Nicht gut. Also du lagst für mich übelst. Ja, es legt aus. Aber ich achte dir. Also ich habe nur 30 FPS. Für was brauchen wir Zuckerrohr? Für Bücher. Komm, wir bauen Holz ab. Ja, wir gehen ein bisschen weiter in den Wald. Und hier. Ich baue Holz ab. Du nimmst den Oberen, das ist gut. Was nehme ich? Ich baue da hinten Holz ab. Ich mache den Crafting Table. Okay. Superfekt. Gibt ich viele Achievements. Hier hast du Crafting Table Timo. Wie ist sie? Ich mache zwei Schwerter, das ist gut. Hier. Okay. Es ist gut. Oh, fuck. Es lebt. Essen ist sehr wichtig. Okay, das war irgendwie gut. Oh, da hat sich gerade eine Ruine. Da unten ins Eisen. Das ist gut. Ich gehe nicht runter runter. Ja, hoch und steif. Verstehst du weiter? Ich könnte hier so lange ein bisschen... Passt auf, wenn ein Creeper oder so. Weil die sind... Die macht überhaupt nicht. Ist eigentlich auf hart, der Surge. Das ist nicht gut. Oh, da habe ich viel Laser. Bei uns nebendrass geht der Jamie. Das ist auch nicht gut. Ich komme jetzt hier wieder hoch. Ja, bau dich einfach hoch. Äh... Ich habe heute nur eine Kabel für... 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 Für einen Ofen. Oh, fuu... Ja... Äh... 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 Wo bist du? Äh... Da unten in der Höhle. Ich habe Eisen gefunden. Also nein, in der Höhle. Aber hier in der Ruine. Ja, komm bitte zurück. Weil... Rechts für uns ist der Jamie ganz nahe. Oh... Äh... Äh... Ah, warte, ich habe das 1. Äh... 9... Oder... 8 noch nicht runtergefallen. Warte. Wo ist Crafting Bench, der Name? Der Tinge. Aber wir nehmen sie mit. Und gehen jetzt weiter. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich sehe den Namen! Komm mit! Komm mit! Es kommt zu uns! Rennen einfach weg! Wegrennen! Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Sollt ihr uns ernehmen, wenn wir sneaken? Nein. Laufen einfach. Einfach laufen. Wir gehen da irgendwo runter. Rennen einfach. Ich weiss nicht, ob sie hinter uns noch sind. Ich habe noch... 4 Hungerbalken. Okay, komm! Wir gehen dort in den Stein. Wir gehen dort in den Stein. Komm! Nein, warte. Wir gehen hier. Ich habe einfach noch mal gekoppelt. Weil wir uns nicht runterbauen. Baut du hier runter. Baut du hier runter. Baut du hier runter. Ey, ich da. Baut hier schnell noch Holz runter. Baut hier schnell noch Holz runter. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr gekoppelt. Ich sehe einfach nichts. 5 Holz lang, oder? Für das Erste. Ja, ja. Schade. Äh, hast du schon Erden? Erden, 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 Timo. 4 Erden? Ja. Kannst du es droppen? Lange? Äh, ich habe nicht mehr. Äh, ich bin auch noch. Äh, ich bin auch noch weiter runter. Soll ich noch weiter runter, oder? Ja. Oder wo ist ein Crafting Bench? Kannst du dich irgendwo setzen? Fuck, wir sind nicht mitgenommen. Okay. Ich habe kein Holz. Ich habe. Warte, jetzt. Warte, ich habe schon Sticks. Mach hier ein paar Sticks. So. Soll ich Crafting Bench mach? Ja, mache Crafting Bench. Ähm. 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 Machen wir schnell mal ein Spitzhock. Also, warte, ich mache keinen. Ich mache mir direkt den Stein. Ich baue schon mal ein bisschen runter. Sche. Am besten in keine Höhle gehen. Ein Creeper. Und nicht den Sneakern. Weil sonst sind wir gefeiert. Ja. Kann man aber auch Hunger sterben? Ja, 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 ja. Sollte es nicht. Oh, hier ist Cola. Soll ich abbauen. Geh jetzt noch weiter. Ich baue ab. Ähm. Warte, ich mache noch eine Fackel. So. Und der Offen. Ah, baue du ab für Essen. Du hier Essen rein. Essen. Ja. Also, ist Craftingen Upgrade Eise? Ja. Das ist nicht. Hier ist Essen drin. Also du kannst fahren. Ja. Oh, fuck. Es lebt. Ich baue noch mehr. Wir sind halt extrem nahe vom Stein. Ah, es lebt. Dezent. Ja, es ist halt einfach einmal. Weil der Server halt... Weil alle... Gleichzeit lang sind. Weil alle Chunks müssen lassen. Ja, es geht jetzt eigentlich voll von den Lecks. Ich gehe hier auch noch runter. Wie viele Hungerpalken hast du noch? Äh, zwei. Okay, auch noch. Einerhalb. Alter. Alter. Alter, leg das. Legs. Was? Das ist halt auch der Server nur noch zwei gigi Aram hat. Ja Timo, hör jetzt auf. Du hast gehackt. Nein. Wow. Wuuu. Cool. Cool, cool, cool. Ich gebe dir schnell ein paar Steaks. Ich weiss es, ich mache noch eine Eisespitze. Ja, ich mache noch Steaks. Ja, ich mache noch Steaks. Ja, ich mache noch Steaks. Oder du brauchst erst eine... Du fährst die Mühe, wenn ich Holz. Ja. Soll ich echt... Ich soll erst mal hoch und kurz Holz holen? Oder willst du kurz hoch? Oder du willst hoch? Äh, lieber du, weil... Okay, ich gehe kurz. Nein, ich gebe dir ein Upgrade. Ist ein Ding. Steakonist. 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 Ja, das ist Steakonist. Aber du hast schon jetzt... Sie haben vor mir reden. Das heisst, wir können jetzt hoch. Oh, Eis. Eis. Oh, ich habe Schatten bekommen im Ding. Ich habe einen Schatten bekommen. Soll ich Eiseschwert machen? Ich habe vier Eise gefunden. Ja, ich mache Eiseschwert. Und Timo, wie läuft die Schuhe? Ja, ja. Gut, gut. Es muss. Es muss. Ja. Okay, ich gehe kurz hoch. In der Hoffnung, dass ich sterbe. Ja. Hier ist noch etwas mehr Kohlen. Ah, das brauche ich nicht. Ich verpisse mich wieder mal. Ja. Wir müssen nur noch zwölf Minuten haben. Hat man jeden Tag eigentlich 20 Minuten? Ja. Oh, ist schon wieder Eis. Wir nehmen noch ein bisschen auf. Ich finde. Würde, ich habe gleich zwei. Unser Aufnahmeplan ist so. Hatten Sie gesagt, Freitag immer zwei. Wo dann je am... ...Manty und Zwei-Stig kommen. Und dann am Manty noch eines drei. Ja, ich muss einfach... Am Ende ja nicht immer Zeit. Ja, schon. Wir können... Ich kann uns offen bringen. Also, ich gehe gerade recht offen rum. Ja. Ah, mir ein bisschen Finger tut. Wie vom Sneak. Es ist schon schlimm. Ja, gut. Ich... Ich nehme noch ein Baum mehr mit. Easy. Wir haben richtig genug Holz. Oh, da... Ich... Ich finde, ich habe verdammt viel Eis. Alles in einer Leiste. Alter, der Shader braucht verdammt Leistung. Also, du hast einen Shader drauf. Ja, sicher. Ich meinte, das darf man nicht. Oh, ja, das stimmt. Ich bekomme einen Schaden. Ich habe nichts zu fressen. Oh, fuck. Ist im Offen schon. Warte, warte, hier ist ich ja. Jetzt ist gerade Nacht dort. Ich habe auch hier nicht gewonnen. Ich wollte einen Creeper uns erhöhen. Ja, einfach alles schön ausleucht. Wir haben genug Holz. Ja. Ja, acht Eis gefüllt. Wie tut das jetzt in der Offen? Wir haben genug Holz. Wir haben genug Holz. Oh, fuck. Da ist schon Lava. Warte, ich muss mal schauen. Ah, der ist nicht so offen. Kann ich... Kann ich Holz? Kann ich Holz? Für zwei Eisenschwerter? Ja. Warte, hier ist es. Einfach eins. Hier ist es 6. Ja, es ist 6. Ja, es ist 6, ja. Wir sind jetzt auf Höhe. Äh, 40. Monsterjäger. Also... Zu den Waffen. Wir sind, glaube ich, die ersten, oder? Ja, warte, ich droppe dir ein Eisenschwerter einfach. Danke. Willst du sie... Was soll ich als nächste Saison machen? Ja... Weil, ich glaube, es ist ein kleiner Hebel. Weil, ich glaube, es ist ein kleiner Hebel. Äh, Brustpanzer auf dem Brustpanzer. Als erstes, oder? Ja. Ich glaube, es klingt sogar schon für einen. Ja, mach... Mach sonst dir einen. Also soll... Nein, mach... Mach dir einen. Mach dir einen. Ja, nein, mir ist egal. Ja, ich... Warte, ich höre eine Hölle. Mach du lieber den. Ach, mach... Mach mir einen rein, weil... Ich muss jetzt auch in eine Hölle rein gehen. So, wie es klingt. Also, ich bin gerade nicht beim Mofi. Ich bin ein bisschen weiter unter. Ja, ich habe hier gerade Eis gefunden. Und aber ich höre ein Skelett. Vielleicht sollte ich meine Köpfe richtig anlegen. Nur auf einen Vorteil. Das ist rechts, irgendwo. Ja. Welcher Abend ist Weihnachten? Das ist am Donnerstag, oder? Nein. Freitag, glaube ich. Also, es ist der einzige Freitag, glaube ich. Ich habe gedacht, er ist tot. Ich habe gedacht, er ist gestorben. Ja, ja. Das wäre auch nicht lustig gewesen. W. Plan. Tod. Ich habe mir einen Caps. Schaut an. Oh, fuck. Ja, aber sollten wir Licht machen. Ähm, hier haben wir schon ein Licht. Mal hier. Also, ich mache mir jetzt Brustpanzer, ist gut. Mach doch mal. Ähm, jetzt hat noch einmal genug Eisen für... Nein, es hat eben nicht genug Eisen für einen. Ähm, ich mache noch einmal einen Spitzangestell. Ich habe noch zwei. Okay. Was ist getting an upgrade? Ja, das ist, glaube ich, rüstig. Ah, ja gut. Das bringt uns auch nicht wirklich. Ah, besser Spitzacken als Eisen Spitzackstellen oder so. Ich weiss nicht. Ah nein, meine Spitzacken ist kaputt. Äh, Steinspitzacken. Wir machen vor Anfang nur Steine, ist gut? Ja. Steine rüstig. Ja. Easy. Alter, das Gewitter. Wo bist du jetzt? Ich bin ganz unten. Ich bin jetzt auf Höhe 22. Ja. Höhe 11 eigentlich. Hey, du, äh. Soll ich auch noch rausgehen? Holz? Ich habe keinen Holz mehr. Ich hatte es sonst. Ich habe recht viel. Oh, jetzt ist gerade Nacht. Ich komme gerade hoch. Warte. Weiss ich. Äh, ich komme auch noch zu dir. Also wir haben nur noch sieben Minuten übrig. Ja. Es gibt nur noch sieben Minuten übrig. Es gibt schon viele. Die Tour ist schnell. Wegen diesen 20 Minuten. So. Jetzt sind wir ganz unten. Warte, hier kannst du gleich die Hälfte haben. Merci. Wir sind nicht da. Oh ja stimmt. Du kannst auch mit Schwerte blocken. Das ist echt lustig. Ja das ist voll cool. Ich habe schon lange nicht mehr auf eine Sache gespielt. Ah, Eisen. Weiss. Oh, nicht geradeaus runter bauen wegen Lava. So rezentig. Ich bin gerade auf den Eisenblock gestanden und habe mich abgebaut. So rezentig. Intelligent. Oh, Redstone. Bringt super etwas in so eine Welt. Ja. Ich gehe einfach geradeaus. So, sorry. Ich komme auch noch an einen. Äh, nimm sonst alles weit runter. Ist gut. Alles? Ja. Ja ich weiss ich stimmt. Offen also. Wir müssen nicht mehr hochlaufen. Ich sehe immer. Ich sehe immer. Es ist so krass. Der Puls ist. Ja. Der Puls? Ja der ist etwa normal. Für dir? Ja ja. Gut. Weisst du siehst noch so eine Pulsmessegerät. Der Puls noch oben rechts, oben links im PC siehst. Ah, ich glaube sie wissen warum ich nur 120 FPS halte. Das ist verdammt viel. Ich habe gerade 100. Wenn ich Shade draus mache, hat einfach viel mehr. Warte. Du siehst du siehst du siehst du siehst. Du siehst du siehst du siehst. Ja. Ah. Äh. Äh. Warte, warte, warte ich nicht das jetzt setzen. Weil ich äh. Merci. Ich werde mit dem ÖPNV aufhaben. Okay. Hier hat man keine Aufhände oder? Hä? Das ist nicht die Aufhände oder? Das ist nicht die Aufhände oder? Wie gibt es denn hier? Das hat man keinen Zweithang? Naha. Warte aber du. Und die Schilder gibt es auch noch nicht, oder? Nein, das ist einfach das Schwert als Schild. Ah, stimmt, ja. Achso, weisst du, ist das Schild Meiling Gate. Eise. Warte, wieso habe ich ein halbes Deck geholt? Alter, das ist halt verdammt. Eise? Hm? Eise? Hast du schon noch Brustpanzer? Nein. Es hat noch Eise im Offen, hast du es genommen? Nein, nein. Also Momo, ich habe jetzt Eise in drei, und ich habe noch drei, und noch neun Ungeschmolzene. Ok, ich kann den Brustpanzer machen. Eise machen. Ich habe noch Eise von mir. Also ja, für mich ein, aber du musst einen haben. Ja. Verzaubern wäre noch etwas. Ja, genau. Äh, ich habe zehn Eise, also ich habe nur vier. Warte, komm mal. Oh, Gräffel. Hier. Äh, warte, ich muss es hier noch ein bisschen offen rein. Soll ich zuerst einsälen? Warte, äh, da unten hat es noch offen. Ja. Ich weiß nicht, nicht zu gut etwas. Ja, komm, du musst melzen. Ja. Ich bin so Panaloid. Also, der Start hat besser geklappt als das letzte Mal. Ist ja schon mal etwas Gutes. Ja. Ah, das stimmt. Es leben noch alle. Wir sind, glaube ich, recht weit. Ich weiß nicht, was die... Was? Wir sind, glaube ich, recht weit. Mit der ersten Schmiedekunst. Ich gehe mal schnell eure Hose. Schaffen wir erst die Folge von Iron? Äh, knapp. Das wäre ja drei Minuten. Ja, easy. Ich... Alter, die Speedrunner, die irgendeine Minecraft in eine halbe Stunde durchspielen, das finde ich so heftig. Also, ich bin jetzt fast voll ein. Ich habe einfach noch Helm. Ich habe... Ich habe 12 Eisen. Alter, einfach Kohlen! Super, Alter! Ich habe 40 Kohlen, Alter! Ich... Was? Aus... Ausleuchten, nicht vergessen. Ah, komm mal. Es hat noch mehr Offen im... Äh, Eisen im Offen. Eisen. Äh, warte, sch... Was ist im Eis gerade drin? Ah... Der Sound ist immer so verpackt. Er geht immer so... Nachtragend. Als beim Lauf. Und ich meine, immer kann er schritten. Ha! Das ist nicht so gut. Weißt du, ich fahre immer noch mit... Eisen ist mir fahre immer noch One-Hit. Sch... One-Hit? Ja, wenn im Greenprint steht, ist immer noch One-Hit. Ah, ja. Ja. Mr. Evi dann gut hat demonstriert. Wieso, was hättest du? Ja, der ist halt verreckt, an den Creeper mit... Eisen... Röstung. Wie lohnt sich das? Okay, man muss halt sortieren. Brauchen wir Wolle? Nein, oder? Ja... Spawn-Point setzen bringt eh nicht. Nein, also eher verschlafen. Aha... Ja, ich weiss nicht. Ich behalte... Ich behalte mal auf... Verschlafen wir je einmal? Ich glaube es nicht. Auch nicht. Eichen Setzling braucht auch keinen... Ah, Erden könnte ich behalten. Das ist einfach Kies. Ja, ich habe einen Helm. Ich bin voll Eisen. Ich mache hier mal Zuckerrohr her. Ich weiss nicht, ob das wächst, aber... Es braucht Wasser. Nein, es braucht aber Wasser. Aha. Ja. Ich habe kein Wasser. So hätte es noch nicht cool gewesen. Ich habe mich wieder automatisch gekickt. Ja, ja. Also im Ofen hätte es sonst... ... noch ein bisschen Eisen verdient. Ja, ich habe auch noch gut gefunden, Fiefe. Aber wir sind halt sehr gut dran. Ja, wir sind sehr fies. Also ich habe... Ich glaube es mal Waro geschaut. Ja, also... Die sind zwar auch Pros. Dann... Ah, das war so nice. Das Waro immer. Das sind noch die Seiten gewesen. Ja, das lernt man einfach nicht. 2016 ist das glaube ich gewesen. Ja. Das wäre lange eigentlich. Achso. Voll schnell vorbei gegangen. Ja. Jetzt haben wir einfach den Glied leer, Timon. Und wir werden gleich gekickt. Kommt so lange. Aber nicht in die Nähe. Wir werden gleich gekickt. Loll. Ja. Ja, also. Äh... Timo. Fazit zu dieser Folge. Ja. Also wir haben schon fast voll Iron M.O.E. fast. Du hast. Ich bin ja. Also ziemlich stark. Wir sind gut dran. Ja, ja, ja. Wir sind gut dran. Also dann... Am Anfang war es ein bisschen risky mit Jamie. Ja, ich habe ihre Namen gesehen. Die waren eben 20 Blöcke entfernt. Oder so. Also, dann... Weißt du sie. Für das schauen. Für den 1-2-5-Fällen. Was für mich selber ist. Haha. Okay. Das war's. Tschüss. 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 Tschüss.